Okay Leute, einige fragen sich, warum auf meinem Kanal jetzt überhaupt nichts mehr passiert ist. Und ja, ich möchte jetzt heute einmal sagen, was im letzten Monat, im letzten Monaten, ich schätze aber mehr so letzter Monat, was passiert ist. Also eigentlich, ich hatte ja vor jetzt wirklich Videos am Fließband zu produzieren. Ich war richtig motiviert, ich hatte Ideen, ich wollte eigentlich jetzt richtig loslegen, aber dann ist Folgendes passiert. Mein Vater besitzt ja seine eigene Firma und wir haben so ein kleines Problem mit Einbrechern. Ich sag mal so, die kommen immer wieder und ja, normalerweise reicht das aus, wenn man dann etwas lauter wird und halt ein bisschen Krach macht und sagt, wer ist da? Dann nehmen die eigentlich schon Reißaus. Wir waren dieses Mal auch davon ausgegangen, dass da jemand reiht und dass die schon weg sind. Mein Vater und einige Angestellte sind dann in der Nacht. Ja, wir sind dann, wir haben nachgeguckt, ob dieser Einbrecher, ob der noch da ist. Wir sind dann am Außengelände von unserer Firma, sind wir dann lang, haben nochmal sozusagen kontrollieren wollen und mein Vater vorne weg. Dann mittendrin, ich stand so ungefähr zwei Meter hinter ihm. Plötzlich springt er da zwischen zwei Autos, der Einbrecher springt zwischen zwei Autos hervor, greift mein Vater an und hat ihm scheinbar dann auch direkt mit einem Schraubenzieher in den Hinterkopf ins Kleinhirn reingehauen. Wir haben ihn dann runtergerissen, die Polizei kam, er wurde festgenommen. Zumindest mein Vater lag dann längere Zeit im Krankenhaus, auf der Intensivstation, dann in einer Spezialklinik. Er hat sich jetzt einigermaßen wieder regeneriert. Das linke Gesicht ist gelähmt, er hört auf dem linken Ohr nichts und ja. Aber er ist jetzt wieder raus und oder jetzt wieder drin, also es ging ihm jetzt am Montag, wir haben heute den dritten Sechsten. Es ging ihm am Montag wieder, nachdem er raus war, ging es ihm in der Nacht extrem schlecht, deswegen ist er wieder im Krankenhaus. Ich weiß jetzt nicht, ob er heute jetzt immer noch zu dem Zeitpunkt jetzt gerade noch im Krankenhaus ist, bei uns zu Hause ist er nicht. Es kann sein, dass er vielleicht bei meinem Onkel im Moment ist oder ob er wieder zurückgefahren wurde, ich weiß es halt nicht. Zumindest das hat mich erstmal extrem mitgenommen, diese ganze Aktion. Ich bin jetzt auch aktuell noch in Behandlung und in psychologischer Behandlung und ja, ich schaue mal, was das Ganze jetzt, wie es am Ende mir von den Therapiesitzungen geht. Ansonsten habe ich auch schon meine Therapeutin gesagt, dass ich mir den Abend mit Hypnose irgendwie entfernen lassen möchte oder dass ich nicht mehr da so emotional werde, wenn ich dran denke. Ja, das war so die eine Sache. Ja, dann die zweite Sache, jetzt wo mein Vater nicht da ist, musste ich die Firma übernehmen oder muss ich noch die Firma übernehmen? Ja, die ganzen Führungssachen, das ist jetzt kein Problem an sich, aber es ist sehr zeitintensiv. Ich habe jetzt auch die Sicherheitsmaßnahmen in der Firma extrem hochgeschraubt. Wie man hier sieht, habe ich mir jetzt das Überwachungssystem auch nach oben geholt, sodass ich jetzt hier genauestens sehe, was in der Nacht jetzt hier auf dem Hof passiert. Es sind jetzt noch weitere Kameras da, die dann auch noch überall auf dem Gelände angebracht werden. Ich will das Ganze jetzt extrem sicher machen. Ich habe jetzt an den Zäunen Stacheldraht angebracht. Mein Vater, der war halt mehr so wirklich weniger der Geschäftsmann, wie man sich vorstellt, der sagt jetzt so, ja, her mit dem Geld, du kriegst deine Ware, her mit dem Geld. Er war jemand, der hat halt Leuten, die halt wirklich Probleme hatten, die Geldprobleme hatten, denen hat er halt gedacht, ja gut, komm, machen wir einen billigeren Preis oder nimm es mit und bezahl, wann du kannst oder so. Und ja, das war halt sein Fehler. Er hat auch bei Einbrechern oder Dieben, er hat die nie irgendwie angezeigt. Er hat dann mit denen geredet, hat sie dann laufen lassen, hat ihn dann vielleicht, wenn es wirklich was Wertvolles war, weil manchmal sind die halt wirklich mit teuren Sachen sind die dann abgehauen, hat er denen das natürlich abgenommen. Aber wirklich, Konsequenzen hat es nie gegeben und das war sein Fehler, sah ich jetzt einfach mal. Und das will ich ändern. Ich habe jetzt die Sicherheitssysteme hochgeschraubt. Ich werde jetzt generell alles versuchen, so sicher wie möglich zu machen. Ich habe gerade geblinkt. Ich muss immer wieder mal auf die Monitore dann gucken. Der ist nur Staub gewesen. Okay. Also das ist jetzt so der Grund, warum jetzt keine Videos kamen. Ich fühle mich einfach von der Motivation her nicht wirklich dazu in der Verfassung. Psychisch fühle ich mich nicht in der Verfassung. Es ist... Es ist generell momentan ziemlich kacke alles. Also ich bin jetzt von früh bis abends bin ich unten in der Firma, gucke, dass das da einigermaßen läuft. Ich habe psychisch, sag ich mal, vollen Knack weg. Ich habe jetzt auch eine Kaufsucht dann entwickelt, nach zwei, drei Wochen nach dem Vorfall. Habe allen möglichen Scheiß gekauft, den ich eigentlich überhaupt nicht brauche. Das T-Shot da ist der absolute Beweis. Dahinter ist noch ein T-Shot mit Schreck. Ich fand die Dinger extrem lustig. Und irgendwie hat mich das auch abgelenkt, aber es ist einfach... Es ist einfach nicht... Ja, ich habe es versucht jetzt abzugewöhnen. Ich habe den ganzen Scheiß auch wieder... Alle Bestellungen, die ich jetzt so in letzter Zeit dann getätigt habe, habe ich jetzt auch wieder storniert, weil... Es geht nicht. Das ist einfach... Das ist... Habe ich selber eingesehen. Das ist ein Problem von mir. Das muss ich jetzt unter Kontrolle kriegen und ich arbeite dran. Deswegen ist es einfach momentan keine Zeit dafür. Ich kriege es nicht hin, Videos zu drehen. Ich habe keine Motivation dazu, mich vor das Mikrofon zu stellen. Ohnehin, mein Interface ist kaputt. Das ist momentan in Reparatur. Am Samstag oder am Freitag hat mir Thoman eine E-Mail geschickt, dass es jetzt wieder auf dem Weg ist. Ich schätze mal, es wird morgen wieder ankommen. Ja. Also, das ist jetzt so der Grund, warum momentan alles so ziemlich den Berg ab bei mir geht. Wenn es einigermaßen, wenn es meinem Vater wieder gut geht, wenn es mir besser geht, dann werde ich auch wieder Videos machen. Ich werde mich wahrscheinlich auch wieder mehr auf Creepypastas konzentrieren. Hier so vor der Kamera. Das macht mir wirklich Spaß. Es ist ein ganz anderes Gefühl, aber ich denke, ich werde wieder ein paar Creepypastas machen. Etwas, was ich mit der Stimme, wo ich mir mit der Stimme arbeite, etwas ruhiger werde. Ich habe momentan echt keine Zeit für Hobbys oder sowas. Es ist echt übel. Mein Instagram-Account zum Beispiel jetzt nur. Man sieht, ich lade jeden Tag um 12 Uhr. Lade ich präzise wie ein Uhrwerk. Lade ich was hoch. Das liegt nicht an mir. Ich habe aber keine Zeit mehr, was hochzuladen. Ich arbeite jetzt abends. Ich bereite die Fakten vor. Und dann... Ich habe mir einen Server gekauft. Da drauf läuft jetzt ein Programm, das sich in meinen Instagram-Account eingeloggt hat. Und das dann immer Punkt 12 Uhr meine Fakten hochlädt. Eigentlich war es geplant, dieses Programm der Allgemeinheit auch öffentlich zu machen. Es war eigentlich so eine Idee, ein eigenes Unternehmen zu starten. Sodass dann halt jeder, der auf Instagram wirklich aktiver ist, dass der dann sich einen Account machen kann. Egal. Egal, das ist jetzt erstmal auf Eis gelegt, das Projekt. Ich wollte euch jetzt einfach nur mal sagen, warum hier eigentlich seit einem Monat nichts wirklich mehr hochgeladen wird. Warum das botanische Garten-Video das letzte war. Auf Facebook bin ich überhaupt nicht mehr aktiv, weil da läuft auch eine KI, die das sozusagen immer für mich hochlädt. Oder ein Automatismus eher gesagt. Ja, ich leite momentan auch ein bisschen so an Stimmungsschwankungen. Merkt man, denke ich mal, auch heute auf Twitter merke ich das. Jetzt aktuell meine Stimmung ist im Keller und zwar so richtig. Also ich fühle mich innerlich total zerstört, richtig mies. Und ja, heute auf Twitter, ich war heute im Kino, Deadpool und Wahrheit oder Pflicht. Ja, war ich auch irgendwie heute Mittag, war ich total happy. Jetzt bin ich total down. Aber ich wollte einfach mal Bescheid geben, warum ich jetzt keine Videos mehr mache. Warum aktuell überhaupt nichts läuft. Ich hielt es jetzt einfach fürs Beste, euch mal da Bescheid zu geben. Ja, das war's. Ihr werdet es merken, wenn ich wieder aktiver werde. Ich werde dann, ich habe mir vorgenommen, dann wieder einen richtigen Uploadplan. Mehr Videos pro Woche zu machen, einfach nur, weil ich euch nicht irgendwie da jetzt außen vor lassen möchte. Ich will jetzt nicht, dass jetzt der Kanal, der Kanal ist tot, das muss man einfach so sagen. Ich will aber nicht, dass er weiter stirbt. Vielleicht kann ich ihn wiederbeleben, wenn ich wieder richtig hochlade und ich wieder mehr mache. Aber ja, das war's. Das war's, was ich euch sagen wollte eigentlich. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.